Mit Goethe und Schiller Das alte Literatur, also die alte Kultur immer noch heute wert hat, also dass das immer noch aktuell und cool sein kann. I guess it would be the equivalent of like someone in English rapping Shakespeare. I kind of like doing schoolwork while listening to something you like. Mit meiner Musik ganz speziell Respekt, Toleranz und ich möchte etwas über das Leben erzählen. I thought it's interesting that Doppelu tries to reach out to a younger audience with really old poems that they otherwise probably wouldn't hear. I liked it. He really got the crowd going on. It was so riveting. No, I really like it actually. It's pretty catchy, pretty well done music. Die Jungs damals haben die Wahrheit aufgeschrieben. Wahre Geschichten über das Leben, über zwischenmenschliche Geschichten, über Liebe. Und das wird heute immer mehr vergessen. Und niemand interessiert sich mehr für Goethe und Schiller. Und das möchte ich ändern, weil die Jungs sehr, sehr gut geschrieben haben. Es sind sehr gute Gedichte, wo man sehr, sehr viel draus lernen kann. Gießet des Wassers, spudern den Schwein. Wasserumfänge, ruhig das Heil. Tropfen des Geistes, gießet hinein. Leben dem Leben gibt er allein. Wie es verdürftet, schöpftet es schnell. Nur wenn er küllet, habet er Quell. Die Elemente nicht gesendt, bilden das Leben. Die Baune DJ.